1, 2, 1, Achtung, 3, 2, 1, Jugger! Läuft, 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 Läuft! Daniel, du bist ausgetreten, 5 Steine. Gute, geile Sau! Du bist ausgetreten, 5 Steine. 1, 2, 1, Achtung, 3, 2, 1, Achtung! Weg! 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 Oh, wie hast du das nicht so gemacht? Benchen an! Uka-Punkte! Beide bereit! Weg! 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 Ein guter Läufer! Immer hauen, immer hauen! Reißverschluss ist nicht gut für Siko. Ja, gut abgeschirmt, Siko. Ja, nun ist das wohl so. Die haben eben die Namen von uns für sich gepackt. Was für ein Lappet für die Schweinmännchen? Lappet für die Schweinmännchen haben wir noch keine Tickles. Die Designs stehen schon. Aber ähm... Überzahl! Kette an! Hintermal! Hintermal! Die Designs für Lappet für die Schweinmännchen stehen schon. Aber wir wollen unser erstes Lappet für die Schweinmännchen. Ah, die ist bereit! Ach, Scham! 3, 2, 1, Jugger! Ach Gott, hab ich das vermisst! Hatscham! Achtung kurz weiter! Und was geht der Mann! Gott, Kurt, nein! Leicht montert! Glock los! ませ Jagger! Okay, gut ab! Ja, F plansch, gut ab! Na Felix! Nun! Felix hat's euch gesagt. Achtung! 3, 2, 1, Jugga! 15! Weg! Weg! Alles bereit! Bin weg! Nicht ab! Ab! Ab, ab! Läufer! Ich hab noch Wurm! Kälter! Tres, sechs, fünf, sechs, sechs! Nicht bereit! Zählen! Beide bereit, Trez, Trez, Strecker! Achtung! Drei, zwei, eins! Neun, drei, drei, sechs! Achtung! Sechs, aus den Kopf, Regen. Ja, mit den Augen! Eins, zwei, fünf, zehn! Was kann man so kommunizieren? Oh, Favano! Hast du da Peierringe dran? Distanzringe! Fingelt doch! ...wildrücken! 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 Der ist auch sehr hoch, der dauert. Tom ist so... Achtung! Ich glaube, das hätte ich geworben müssen. Auf Platz! 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 Hoch Platz! Auf Platz! W FM Auf Platz! Verbautast! Zarifat! Fünf! WS Bezimmel Wormen Ja! 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 In die Kette drunter! In die Kette drunter! In die Kette drunter! Luka, bitte Zeit! Beim nächsten Frühstark, Dreck Besuch! Beim nächsten Frühstark. Kette. Komm! Fahr auf Zweischleger! Wir gehen jetzt mit dem Weg, als keiner läuft! Wir haben zwei Zweischleger gewandt, so. Wir haben jetzt wieder Zweischleger gewandt, weil der ist auch immer so. Die beiden haben wir dabei. Wir geben hier bei den sechs gerade wieder Spaß und Leistung. Normalerweise haben sie immerhin Angst so ein bisschen. Schreck, die Hobbits. So, eins, zack! Gut. Nice. Bumms. Weißab, weißab. Das ist der Grund, warum Kaffee in Deutschland beliebt ist, weil er zu 90% aus Kartoffeln besteht. Und gleich nach vier, welche zu 100% aus Kartoffeln gemacht ist, die Lieblingsgetränk des deutschen Volkes gehört. Das ist der Grund, warum Kaffee in Deutschland beliebt ist, weil er zu 90% aus Kartoffeln besteht. Und gleich nach vier, welche zu 100% aus Kartoffeln gemacht ist, die Lieblingsgetränk des deutschen Volkes gehört.